Wir kommen mal zu einer, ja zum iPhone 8 und 8 Plus. Was erlaube Apple, was macht das denn jetzt da? Ja, wieso ist das eine Sache, die man nächste Woche kaufen kann? Also ich weiß schon, wegen dem Geldspeicher und auch von Dagobert und Tim, der da reinspringt und sich das Geld auf seine Glatze regnen lässt und keine Steuern dafür zahlt, aber diese, wieso ist dieses iPhone 8 da? Du fragst genau mich. Ja, also ist das nur für dich da zum Beispiel, weil es neu ist? Nee, für mich ist es sicher nicht da. Also so viel kann ich schon mal festhalten. Das ist halt die große Frage natürlich. Also ich meine, die eine Begründung dafür ist einfach, ist Apple einfach nicht möglich, iPhone X in den Mengen zu produzieren, was sie normalerweise wünschen und prognostizieren, abzusetzen. Und das mag eine nicht unplausible Punkt an dieser Geschichte zu sein, also dass das iPhone 8 einfach jetzt bleibt einfach als Hauptgerät erstmal konzipiert, zumindest mal bis zum nächsten Jahr. Und auf der anderen Seite ist es halt schon jetzt nach, ich meine, das ist jetzt tatsächlich das vierte Jahr praktisch für diesen Gehäuseformfaktor natürlich mit Änderungen jeweils, also im letzten Jahr ja schon und jetzt nochmal die Glasrückseite und so weiter. Und natürlich sind intern, also ja, also ich meine, viele Hardwarekomponenten sind ja identisch mit dem iPhone X, also zumindest in Großteilen identisch, also was Prozessor angeht, was die Kamera zu Großteilen angeht. Also da sind ja viele Parallelen zwischen den beiden Geräten da, wo man durchaus sagen kann, ja okay, also da ist der Schritt zwischen den beiden ist ein kleiner in gewisser Hinsicht, aber auf der anderen Seite ist es halt sim. Es ist halt, ja, also es ist halt schon ein iPhone 7s, also ich glaube, da braucht man auch nicht drumherum zu machen, im klassischen Sinne dieser Namensgebung, die Apple so lange vorgenommen hat. Ich habe, ja, interessantes Thema prinzipiell, also es ist sehr faszinierend, oder es wird sehr faszinierend sein zu beobachten, wie sich diese Geräte verkaufen, weil das Achter ist, es ist sehr logisch, dieses Gerät, also mir erscheint es sehr logisch, dieses Gerät weiterzuführen, weil es irgendwie im positiven Sinne abgehangen ist, also da wird nichts schief gehen. Du, ich kann dir heute, also man kann sich jetzt heute eine Woche vor Kaufstadt schon relativ sicher sein, das, was sie dort versprochen haben, das wird auch so umgesetzt sein, der Prozessor wird schnell sein, die Kameras werden gut sein, dieser neue Portrait-Lightning-Mode im Plus-Modell wird super funktionieren, etc. Das ist das drahtlose Aufladen, das kabellose Aufladen, wird eine coole Neuerung sein und es ist halt ein Gerät in einem anderen Preissegment, das Vertraut, das Preissegment ist vertrauter als das vom 10er-Modell. Ja, eigentlich auch nicht, weil es ist schon alles da oben sehr nah beieinander. Ja, es ist nah beieinander, aber es ist halt schon nochmal ein Unterschied, wo die Geräte anfangen und, ähm, also ich, ich glaube, das, also, ne, die spannendste Frage wird so ein bisschen, ähm, sein, Apple stand halt mit seinen Telefonen immer, oder in den letzten, letzten Jahren, ähm, sie haben halt ein Top-Modell gemacht für jeden, so. Also, es war, es gab nur ein Top-Modell, ähm, dann kamen mal zwei Modelle und so weiter, äh, gehopst, das, es war immer halt im oberen Preissegment und es war immer nur, ähm, ja, ein Gerät. Ähm, das einzige Jahr, wo sie es halt nicht gemacht haben, das war das, äh, iPhone 5c und das war, ähm, ein Hit. Äh, es war anders. Also, es war, also, das war halt ein Gerät, wo sie sich gedacht haben, sie konkurrieren jetzt nach unten, äh, mit, äh, irgendwelchen Android-Geräten und das hat halt, das hat halt nicht funktioniert, das muss man sagen. Ich meine, vielleicht war das Gerät einfach auch zu teuer, war irgendwie nur 100 Euro, ähm, preiswerter als das iPhone 5c. Es war halt nicht das Luxus, das Status-Modell von einem iPhone und daran könnte natürlich auch das iPhone 8, ähm, knapsen. Ähm, weiß ich nicht. Das ist das Interessante zu beobachten jetzt in den nächsten, äh, Wochen. Ich, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass das, dass das 10er sich irgendwo hin oben absetzt und zumindest für das jetzt nächste Jahr, ähm, dort so ein bisschen alleine, äh, schaltet und waltet und versucht seinen Platz zu finden mit dem neuen Design und das populäre Gerät bleibt das 8er und das 8er Plus. Also, das halte ich nicht für ausgeschlossen, weil, ähm, Preispunkt ist, ähm, ist so wie bisher ein bisschen teurer. Ich hätte mir, also sie haben nach oben aufgerundet, ich hätte gedacht, dass sie nach unten abrunden, haben sie nicht, die haben nach oben aufgerundet, ähm, auf die vollen, äh, vollen, was sind das, startet bei 800, 700 Euro, 800 Euro. Ähm, ja, also, aber, aber die, aber die, die Funktion, die sie eingebaut haben mit dem kabellosen Laden, ähm, mit dem so leicht geänderten Gehäuse, das passt schon alles, muss ich sagen. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass das iPhone 8 keine, keine Dual-Kamera bekommen hat. Also, das, äh, hätte ich, äh, hätte ich, äh, schon für gut geheißen noch. Aber es ist nicht komisch, dass, dass dieses, äh, sagen wir mal, iPhone 7s oder iPhone 8, wie du es nennen möchtest, ähm, dass bei dem eigentlich, an dem ist nichts besonders nennenswert. Ist halt jetzt so ein neues Modell. Ist so wie ein VW hat jetzt irgendwie neue Radkappen. Ja, es ist eigentlich, ne, es ist so nennenswert wie halt ein 7er. Also, es ist, ich meine, es hat den, 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 es hat den neuen Prozessor drin. Ähm, es hat, äh, selben Kamera, mehr oder weniger die selben Kameraspecs wie das 7er halt. Es ist, ähm, das ist ja ein ordentliches Telefon. Ja. So ist es ja nicht. Und, ähm. Ich glaube sogar, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber das ist, glaube ich, ein geiles Telefon sogar. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ach, 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 ach. Nein, du musst ja mal... Es ist ein ordentliches Telefon. Weiter lasse ich, wenn ich nicht über dieses Fenster. Ähm, ja, für die meisten Leute vermutlich, ja. Ich meine, es hat, es hat jetzt Qi-Charging mit drin. Ähm, sie haben natürlich eine optische, optische, optische Unterscheidung geschaffen mit dem, mit der Glasrückseite. Ähm, also als, als, ich glaube, das ist ein Telefon, da weißt du, was du bekommst. Du bekommst ein Facelift dazu, also vielleicht Facelift, also weil es hinten anders aussieht. Ähm, und so ein bisschen neue Features. Du, du musst überlegen, du hast den, denselben Prozessor wie im, im Ten, der weniger Pixel, ähm, betreiben muss. Und, das ist, grundsätzlich ist das okay. Also, mal, wenn wir mal, vielleicht reden wir über, über Speicher, da reden wir vielleicht gleich nochmal extra, ähm, ist das okay. Und das kostet halt nur sieben, in Anführungszeichen, Entschuldigung, nur siebenhundert Euro. Also, wir schauen mal hier auf die, die, die Euro-Preise sind nochmal ganz was anderes. Muss man nur die Deuer da rechnen, das ist alles, äh, geschmeidiger irgendwie. Diese 909 Euro oder so für das Plus-Modell, das habe ich im Kopf, ähm, du bist ein bisschen krumm. Fast Charging mit Zubehör ist nett, ach ja, du wolltest auf die Grafik. Also, ich wollte auf diese Grafik vom, äh, Simcoe nochmal drauf schauen, die wir auch nochmal linken. Sie haben halt die, äh, klassischen Modelle, so ein 50 Mark irgendwie runtergeschoben und eben auch das, das SE nach unten nochmal runtergeschoben und halt am oberen Ende nochmal Platz gemacht für das 10er. Also, wenn man sieht, dass, wie halt diese, diese, die Kurve nach unten sich verbreitert und wir fangen halt jetzt bei 350 Dollar fürs SE an und da kann man wahrscheinlich auch, falls ein SE 2 kommt, das alte SE, SE 1, dann nochmal 50 Euro runterschieben im Frühjahr. Dann fängst du halt bei 300 unten an und dann kommst du halt oben raus beim, äh, X256 mit 1150 Dollar. Äh, hast du halt die ganze Preisspannbreite abgedeckt. Sie haben auch das 6S nicht rausgenommen, sie haben das 7 nicht rausgenommen. Wir haben jetzt wirklich alle Telefone in jeder Preisstufe, alle 50 Dollar gibt's ein Modell. Dann kannst du dir halt raussuchen, was in deinem Budget liegt, ja, und das ist halt dann durch die Telefonverträge nochmal abgemildert, weil alles in der unteren Hälfte hier kriegst du mit einem teuren Vertrag für einen Euro. Ja, klar. Und, ähm, aber ich glaube, Alex hatte so einen, äh, Rate-Post vor der Veranstaltung geschrieben. Ja, ja. Ähm, du hast gemeint, dass 6S fliegt. Ich hätte mir, ja, ich hätte, ich hätte, ich hätte durchaus gedacht, dass sie zu so einer, ähm, strengeren Produktlinie sich weiter verpflichten, wie sie das die letzten Jahre gemacht haben. Und ich hätte, ähm, ich hätte gedacht, dass das, dass das 6er fliegt, dass sie das 7er vielleicht beibehalten. Ähm, letztendlich ist keins mehr oder weniger geflogen. Wo ich richtig lag, ist das den Preis, den Preis-Drop beim SE, den haben sie wirklich jetzt vorgenommen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das SE, äh, im Frühling, dass so eine neue Generation nochmal antritt. Und ich hätte halt gedacht, dass die das 8er, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen zu gegebener Zeit, dass sie das wirklich, also ich hab mir nochmal die Dollarpreise angeschaut und es lag eigentlich schon sehr nah, dass sie eigentlich eher nach unten abrunden. Äh, haben sie nicht gemacht, sie haben sich 50 Dollar nach oben, äh, aufgerundet. Ähm, was, was glaube ich auch. Also es ist letztendlich nicht viel, weil du musst ja, du, das Problem ist ja, wir gehen immer von diesen Gesamtpreisen aus. Aber die, die Mehrzahl der Leute zahlt ja nie diesen Gesamtpreis einmal, sondern die haben das in Verträgen. Äh, und da wird halt auch so ein iPhone 10, äh, das kostet halt 10 Dollar mehr im Monat in den USA, äh, mit, mit deinem Vertrag. Und dann zahlst du halt, ja, nicht 40 Dollar, sondern zahlst halt 55 Dollar irgendwie. Also das ist, ähm, das ist weitaus verschleierter, als das in diesen Gesamtpreisen dann oft erkennbar ist. Aber, also wir haben auch uns gefragt, ob die, dieses Upgrade-Programm in Deutschland starten und das, äh, tun sie nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, seit wann sie das machen, dass sie, ähm, beim iPhone, wenn du dort auf bitte kaufen klickst, ähm, dass sie dir dort sehr intensiv die Finanzierungsrate ins Gesicht halten. Nämlich 50 Euro für das iPhone 10. Ähm, das ist ein extrem unattraktives Angebot, weil da irgendwie 6% Zinsen gerechnet wird. Aber, ähm, an der Stelle ist, glaube ich, schon auch Apple klar, dass das teuer ist. Und Leute das vielleicht nicht in einem Hub zahlen können. Und dann ist halt hier auf jeden Fall für viele Leute wahrscheinlich die Finanzierung in Anführungszeichen über, über den Carrier attraktiver. Was dann mit einem teuren Vertrag einhergeht. Ja, klar. Ähm, und dann natürlich noch teurer ist am Schluss. Also zahlen tust du eh. Ja, du drückst die Kohle schon dafür ab. Also, es ist, äh, sparen wird da keiner am Schluss. Ich hab mir ein neues Smartphone gelaufen, ich hab gespart. Aber man muss schon auch sagen, ähm, dass, äh, die, die, die Unterschiede von einem SE bis zu einem X sind natürlich da. Aber, habe ich ja letztes Mal auch gesagt, nicht so, nicht so viel. Ja, also mit einem SE kannst du fast alles machen. Die Kamera ist ein bisschen schlechter, der Bildschirm ist ein bisschen kleiner. Aber du kannst mit dem SE alles machen. Also, tagtäglich irgendwie, was du mit einem X machen kannst. Und da ist halt ein Preisfaktor 3 dazwischen. Oder? Ja, aber das ist halt ein schwieriger Vergleich. Ich mein, kannst du mit einem Smart auch alles machen, was du irgendwie mit einem 7er BMW machen kannst. Also, das ist... Ja, frag mich mal. Ich kenn das sehr gut beides. Ja, also ich mein, ja, also ich mein, das stimmt natürlich, die Aussage. Es ist gar nicht so, dass ich das bezweifeln würde und sagen würde, nee, mit dem iPhone X kannst du ganz viel mehr machen. Aber ich mein, du hast natürlich doch einen Berg an Sachen, die das, glaub ich, das Xer oder auch das 8er klar vom iPhone SE unterscheiden. Und jetzt ganz simpel halt einfach die Kamera, von der Kamera angefangen und größeres Displays sind natürlich alles Elemente. Also natürlich kannst du sagen, okay, kannst auch zum iPhone 8 greifen. Du könntest natürlich eher diskutieren, wie weit sind die, wie weit ist die Unterscheidung jetzt zum Beispiel zwischen 7er, 8er und 10er. Ja, also da wirst du dann schon anfangen, okay, jetzt, warum soll ich für einen 10er zahlen, wenn ich mir auch einen 7er kaufen könnte? Ja, dann kann man wahrscheinlich schon eher darüber diskutieren, wo dann jeweils die Vor- und Nachteile liegen und ob dieser Schritt, den das 10er jetzt vollzogen hat, ob der diesen Aufpreis rechtfertigt. Aber auf der anderen Seite ist das 10er ja nun einfach, es ist kein, also es kommt vom Bildschirm nicht an das Plus-Modell heran und von der Akkulaufzeit kommt es auch nicht ans Plus-Modell voran. Aber es ist natürlich auch massiv kompakter als das Plus-Modell und trotzdem größer als das bisherige 4,7er iPhone und es hält auch länger als das 4,7er iPhone. Also ich meine, das bleibt für mich, das blieb schon bevor es jetzt rausgekommen ist, weil es ja als gerüchtetes Konzept so relativ klar war und bleibt für mich halt der Hauptreizpunkt des iPhone X, denn, dass du halt einfach dieses Gerät, der Kompromiss aus Bildschirmgröße und Abmessung, Gewicht plus Akkulaufzeit ist ein unglaublich attraktiver unterm Strich. Und ja, für den bezahlst du jetzt erstmal auch den Aufpreis. Ja, also ich glaube, man muss sich irgendwie jetzt langsam nach ein paar Jahren irgendwie klar werden, so dieses Konzept, was wir früher hatten, so du bekommst ein neues iPhone, alte rutscht eine Preisstufe nach unten und wird dann langsam ausgefadet über die nächsten zwei, drei Jahre. Das ist halt jetzt schon lange nicht mehr da. Ja, ich meine, wir haben halt jetzt, ja, der Preis-Regenschirm oder wie sagt man, der Preis-Umbrella ist halt irgendwie abgedeckt jetzt. Man sagt nicht Preis-Regenschirm. Man sagt irgendwie, sagt man nicht, aber kein Regenschirm. Ich habe es auch gerade gedacht, aber ich wollte nichts sagen. Der Preis-Regenschirm ist... Preis-Umbrella ist es, glaube ich, in der Englisch. Ja, ja, Preis-Umbrella ist okay, aber der Preis-Regenschirm ist in Deutschland, das ist doch ganz klar. Also, ja, 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 doch, habe ich genauso gehört, glaube ich. Von 40 Preis-Regenschirm, okay. Es wird alles abgedeckt und, ja, und es sind natürlich immer so die eigenen Bedürfnisse. Also, ich meine, ne, also, das ist so eine individuelle Geschichte halt auch. Du sagst, du, was machst du mit deinem Telefon, was brauchst du und wie sind die Anforderungen? Und da kommen ja, also, ich glaube zum Beispiel nicht, dass halt, dass du jetzt jedem, jedem prinzipiell interessierten Smartphone-Kunden einfach das mehr empfehlen solltest. Das ist halt Quatsch, weil, ähm, weil viele sind halt irgendwie, viele telefonieren ja noch, so. Und telefonieren geht dann vielleicht mit dem SE besser, ähm, weil es halt irgendwie mehr Telefon ist als, ähm, als großes, äh, Internet-Communication-Device. Ja, aber was machst du denn jetzt, wenn du, 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 du stolperst aus Versehen in so einen T-Punkt rein und sagst, guten Tag, haben sie mal ein iPhone, was kriegst du dann? Was kaufst du dann? Was machst du dann? Ich möchte es nicht genau wissen. Wenn du Pech hast, kriegst du eine Empfehlung, was du kaufen sollst. Ne, aber dann geht es über den Preis. Das eine kostet halt einen Euro einmalig und ein Magenta-Tarif und das andere kostet 29 Euro und ein Magenta-Tarif. Und dann nimmst du das für ein Euro. Und Leo muss wieder weinen. Ein Freund, apropos Leo muss weinen, ein Freund von mir hat jetzt, äh, vor zwei Wochen sich das iPhone 6 gekauft in Deutschland, weil das jetzt wieder neu aufgelegt wurde. Für 400, was war das? 400 Euro oder so, ne? Weil das wieder neu aufgelegt wurde. Selbst Basti musste da schon blinzeln, ja, dieser. Ja, das ist blinzeln. Ja, das haben sie irgendwo bei, ich weiß nicht, bei Lidl oder so rausgehauen, ja. Ja, ja, genau. Also es ist wieder neu aufgelegt worden für den deutschen Markt, das iPhone 6. Das niedrigpreis-Segment des deutschen Marktes. Richtig, richtig. Und so niedrigpreisig war das ja dann auch nicht dafür, dass das Gerät 100 Jahre alt ist. Also schon, wenn man das Land bedenke ist. Ja, dafür hat halt, dass der Mediamarkt hat dann vorgestern irgendwie ein iPhone 7 für 500 Euro rausgetan. Genau. Ja, was zum Beispiel... Und die Wette-Mittest wurde geworben gekauft. Ja, und da ist der Punkt, wo ich dann sage, das ist gar kein schlechter Brems für das iPhone 7. Ja, weil ich meine, das war sogar, glaube ich, unter 5. Ich kriege den Preis nicht mehr zusammen. 4,99. 4,99, ja, okay, dann war es wirklich an der 500er Grenze. Ich hatte das Gefühl, das wäre noch tiefer in der 400 drin gewesen. Ja gut, für 500 ist es vielleicht schon... Aber ich meine, was will Apple jetzt, was ruft Apple für das iPhone 7 da jetzt ab? Es sind sicher noch 600 irgendwas. Also, ja, also auch schon der billigere Apple-Preis wurde da ja schon auch nochmal unterboten. Und ja, für 500 Euro, 630, ja, okay. Also das ist, 500 Euro war sicher kein schlechter Preis für das iPhone 7. Also da ist der Punkt, das bleibt ja auch was, was an meiner sonst sehr radikalen Herangehensweise an die Zeitpunkte für richtige Käufe, natürlich, die das viel ändert, ja. Also ich meine, wenn du ein Vorgängermodell, was attraktiv ist, und das iPhone 7 ist einfach attraktiv, also für mich bleibt es bis jetzt das beste iPhone, was es gab. Also abwarten wir jetzt die neuen sind, aber aus der iPhone-Reihe der letzten Jahre würde ich immer das iPhone 7 herauspicken. Nicht nur, weil es das Neueste ist, sondern weil ich wirklich das als, also insgesamt als bestes Paket empfinde. und da, ja, zu sagen, okay, wenn du das jetzt für einen guten Preis bekommst, warum nicht? Ich meine, wir haben jetzt, das klingt so ein bisschen vielleicht komisch, aber so als Fan des Ganzen und als jemand, der das irgendwie, wie Timo sagt, tausende Mal am Tag entsperrt, ja, so ein Gerät und benutzt. So, du hast halt jetzt mit dem Zehner-Modell erstmals so ein Gerät, wo du viel Geld draufwerfen kannst, aber dann auch viel bekommst, so. Und das ist eigentlich der spannende Aspekt an diesem Ding, dass du jetzt irgendwie ein Modell nach oben hast, was vorher einfach Apple nicht angeboten hat. Der hat, glaube ich, mal ein Modell so, das, alles Premium-Modelle, aber halt ein Modell für alle. So, und jetzt hast du halt erstmals ein Gerät, was halt so wirklich einen Schritt nach vorne macht, viel Geld dafür verlangt, aber dann auch viel, und das ist dann im eigenen Bemessen natürlich, aber auch dir viel bietet. Und das finde ich, das finde ich eine spannende Erweiterung von diesem, von diesem Angebot. Okay, also nicht verwechseln. Price Umbrella und Umbrella Pricing. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge gemeint. Umbrella Pricing ist der aus dem Preisschirm-Effekt. Es gibt einen Preisschirm-Effekt, das ist aber nicht das gleiche wie ein Preis-Regenschirm. Also der Preisschirm-Effekt ist der aus dem Preisschirm-Effekt entstehende Preisbildungseffekt, dass Wettbewerber dazu tendieren, sich den Preisen des Marktbeherrschers anzupassen. Sprich, Samsung traut sich nur so viel für einen S8 zu nehmen, weil das iPhone so teuer ist. Das ist Umbrella Pricing. Ich glaube, Alex meinte gerade den Preis-Regenschirm. Richtig, den bei. Ja, ja, ja. Habe ich auch gesagt. Unter denen die ganzen iPhones fallen, richtig? Genau, 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 genau. Die Spannbreite, die es abgedeckt wird. Ja, dass halt keiner unter deinen Regenschirm kommt und da weniger Kohle abgreift. Und wenn du ein Modell außerhalb hast, musst du einen Größenregenschirm bauen. Ihr habt doch alle was geraucht. Wahnsinn. Ja gut, läuft euch. Warst du mal in der BWL-Vorlesung? Um Gottes Willen. Jetzt geht das wieder los. Habe ich das geträumt oder haben wir letzte Sendung nicht noch gelacht? Ja, ja, habt ihr. Hast du keine bösen Zustriften bekommen, Timo? Nee. Ich auch nicht. Die haben ja schon alle verkrault. Wir sprechen einfach weiter über Regenpreisschirme. Ja, da kommt es, hört keiner mehr zu. Preisregenschirme. Nun gut, ich bin, also es ist ja klar, also sie können nicht so viele iPhone X bauen, wie sie wahrscheinlich wollten. Es dauert zum einen länger, bis sie losgehen. Sie haben möglicherweise das Problem gehabt, dass sie kein Touch-ID unter den Bildschirm bauen können. Sie haben kein 10 Plus. Ja, es gibt nur ein 10 in einer Größe. Und es startet später. Es wird wahrscheinlich durch den Preis weniger nachgefragt. Das heißt, also wahrscheinlich verkauft sich das 876S weiterhin am stärksten, weil es einfach preisgünstiger ist. SE ist möglicherweise im nächsten Frühjahr mit einer Revision dran, was auch interessant für viele Leute sein dürfte. Apple kommt wahrscheinlich schon auf den Schnitt. Aber wie das 10 jetzt läuft, wird, glaube ich, sehr spannend und wahrscheinlich werden sie es nicht sagen, oder? Also spezifisch aufgeteilt kann ich mir schwer vorstellen, weil das haben sie sich ja bis jetzt grundsätzlich verkniffen, da große Details zu einzelnen Gerätekategorien rauszulassen. Ich meine, man wird natürlich aus den Durchschnittspreisen und einigen anderen Sachen da ungefähr sich heraus eruieren können, was am Schluss vielleicht dann passiert ist. Aber ja, ich meine, das ist dann auch so Analysten-Voodoo, wo du dann am Schluss versuchst, zurück zu Reverse Engineering von Apples Zahlen zu den einzelnen Geräten, die verkauft wurden. Aber ich meine, trotz allem, also das jetzige Quartal wird ja schon ein bisschen, in denen ja zumindest der Verkaufsstart vom Achter fällt. Und dann das Weihnachtsgeschäft, das wird natürlich schon einen interessanten Einblick geben. Auch die, auch einfach die am Schluss die Gesamtzahl natürlich. Ich meine, letztlich, letztlich muss Apple halt das letztjährige Rekordquartal brechen. Alles andere wäre, naja, vielleicht nicht ein Desaster, aber, also ich meine, das wird das übliche Himmelfeld, fällt runter, Geschrei geben. Also, wenn, was ich weiß, was waren es schon irgendwie ein paar, was waren die vier Millionen, waren es im letzten Weihnachtsgeschäft? Also, irgendwie viele. 72, das war aber noch. Ja, also es waren irgendwie, waren glaube ich irgendwo auch. Also zwischen 70 und 80 Millionen waren es gewesen, wenn es jetzt irgendwie viel weniger als 80 Millionen sein sollten in diesem Weihnachtsgeschäft. Wird auf jeden Fall das große Flop-Geschrei losgehen. Und dann kann man, ist die interessante Diskussion führen, ob halt diese Strategie, drei neue Modelle einzuführen, in denen zwei in Anführungszeichen alt sind, das wird dann eine neue Diskussion geben. Ich meine, wenn sie jetzt irgendwie 100 Millionen verkaufen im Weihnachtsgeschäft, dann wird diese Diskussion nicht geführt. Und hier der Durchschnittspreis, der bewegt sich hier auf dieser durchgezogenen Linie. Deswegen, also dieses Bild finde ich schon sehr, sehr hilfreich irgendwie hinzuschauen. Das ist aufschlussreich. Der Durchschnittspreis soll sich halt irgendwo bei dieser 650-Dollar-Marke bewegen. Oder tut er halt die ganze Zeit. Und dementsprechend, wenn halt viele Leute hier unten die billigen iPhones kaufen, weil sie billig sind, müssen halt entsprechend viele, hier aus der inzwischen sehr großen und sehr hohen Auswahl von anderen Geräten am oberen Preisende sich was aussuchen. Ja.